Beim chemischen Element Nobelium gibt es gleich mehrere Forschergruppen, die Anspruch darauf erheben, es Ende der 50er Jahre entdeckt zu haben. Aber erst 1968 wurden in Berkeley beim Beschuss von Kalifornium mit Kohlenstoff ca. 3000 Atomen Nobelium erzeugt und dieses auch eindeutig nachgewiesen. Im Nachhinein bestätigte die UPAC jedoch, dass 1958 das Forscherteam des Radiation Laboratory der University of Berkeley bestehend aus Giorso, Sickeland, Wharton und Seaberg durch Beschuss von Kurium mit Kohlenstoff Nobelium bereits erfolgreich erzeugt hatten. Benannt wurde es nach dem schwedischen Chemiker und Erfinder Alfred Nobel, der zum einen für die Entdeckung des Dynamits und zum anderen als Stifter und Namensgeber des Nobelpreises bekannt ist. Russische Wissenschaftler hatten vorgeschlagen, es zu Ehren des russischen Kernphysikers Georgi Flerov Flerovium zu benennen.